Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch meinen Hund. Gina! Gina! Ist die Gina? Ja, über sie wird noch ein Video kommen. Und nein, ich habe sie nicht gerade unter die Decke gestopft. Sie ist da selber hingegangen. Sie lebt es unter meiner Decke. Ja, und über sie wird noch ein Video kommen. Vielleicht mit einem anderen Hund zusammen und mit meiner Freundin. Nein, ich werde mein Gesicht nicht zeigen. Aber dein Gesicht werde ich zeigen, ja? Ja, sie ist ein Jack-Russell-Terrier und glaubt mir, sie ist nicht immer so ruhig. Wenn ein Kind sieht sie meistens immer, ja. Das war's mit dem Video. Aber das war's mit dem Video. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oo. Untertitelung des ZDF, 2020